Moin, moin, liebe Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Merkwürdige Historische Nachrichten. Diesmal ein klein bisschen kürzer als letztes Mal, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue und wir bewegen uns jetzt das erste Mal in den Bereich der Kryptozoologie herein. Denn natürlich finden wir auch hier in der Vergangenheit in der Geschichte schon interessante Nachrichten. Insofern dürft ihr euch jetzt über ein Seeungeheuer freuen. Bevor ich weiter kommentiere, kommt jetzt hier der Nachrichtentext. Seeungeheuer Im Monat August 1817 wurde von allen Seiten her berichtet, dass ein seltsames Tier von außerordentlicher Größe häufig im Hafen von Gloucester beim Cap Anne ungefähr 30 englische Meilen von Boston gesehen wurden. Im Allgemeinen glich es einer Schlange und bewegte sich, wie alle erzählten, mit ungemeiner Schnelligkeit. Es ließ sich bloß bei ruhigem, heiteren Wetter sehen und schwamm auf der Oberfläche des Wassers wie eine Anzahl Wartonnen, die eine der anderen in einer Linie folgen. In der oben erwähnten Mitteilung sind die Aussagen von mehreren höchst glaubwürdigen Personen gesammelt, sodass man keinen Betrug, keine absichtliche Entstellung vermuten kann. Sie stimmen zwar nicht in allen Einzelheiten überein, aber die ungeheure Länge und Schlangenform wird von allen erwähnt. Der erste, welcher darüber aussagt, sah das Tier ziemlich eine halbe Stunde lang in einer Entfernung von 250 Schritten. In diesem Abstande konnte er die beiden Enten mit seinem Glase nicht wahrnehmen. Der zweite Zeuge berichtet, dass er ein seltsames Seeungeheuer gesehen, das einer Schlange geglichen. Er beobachtete es anderthalb Stunden lang. Es bewegte sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit durch das Wasser und legte in zwei oder drei Minuten eine englische Meile zurück. Bei einer anderen Gelegenheit sah er es vollkommen still auf dem Wasser ausgestreckt liegen. Er konnte ungefähr 50 Fuß von der Länge desselben auf einmal wahrnehmen. Der dritte Zeuge schätzte die Länge des Ungeheuers auf 80 bis 90 Ellen und schilderte den Kopf als dem einer Klapperschlange ähnlich und ungefähr so groß wie bei einem Pferde. Einmal zeigte es ungefähr den fünften Teil seines Körpers zu gleicher Zeit. Der vierte Zeuge sah das Ungeheuer den Mund öffnen. Er war dem einer Schlange ähnlich. Ein anderer schoss in einer Entfernung von 30 Fuß sein mit einer Kugel geladenes Gewehr darauf ab. Sogleich kehrte sich das Tier um, wie in der Absicht auf ihn loszustürzen, und kam sehr nah am Bote vorbei. Die zehnte Zeugenaussage wollen wir etwas vollständiger geben. Zitat Am 20. Juni 1815 machte mich mein Bursche auf eine ungewöhnliche Erscheinung an der Oberfläche der See aufmerksam. Als ich den Gegenstand durch mein Glas betrachtete, sah ich sogleich, dass es ein Seetier war, und zwar von einer bis dahin unbekannten Form und Bewegung. Es war ungefähr eine englische Viertelmeile vom Ufer entfernt und bewegte sich mit großer Schnelligkeit südwärts. Seine Länge schätzte ich anfangs auf 30 Fuß. Gleich darauf kehrte es um und jetzt schien mir seine Länge mindestens 100 Fuß zu betragen. Es kam mit Blitzschnelle auf mich los, schien dabei ganz ruhig zu liegen und nahm sich fast wie eine Reihe Wartonnen aus. Ich sah 30 bis 40 von diesen Hervorragungen oder Höckern, die ungefähr die Größe eines Fasses hatten. Der Kopf schien 6 bis 8 Fuß lang zu sein und verschmälerte sich nach vorn bis zu dem Umfang eines Pferdekopfes. Ich schätze es jetzt auf etwa 120 Fuß, der Leib war gleich für mich die Farbe dunkelbraun. Ich konnte kein Auge, keine Mähne, keine Wasser- oder Atemlöcher entdecken. Desgleichen sah ich weder Flossen noch Lippen. Zitat Ende. Wir bemerken noch, dass außerdem mehrere andere Aussagen gemacht wurden und verschiedene Briefe eingingen, die alle das Nämliche bestätigten. Unter Letztern einer von Herrn Lonson Rush, ein Ausschussmitglied der Linäischen Gesellschaft und Augenzeuge in der fraglichen Sache. Ein anderer von einem Geistlichen an Herrn Davis, Präsident der Gesellschaft. General Humphreys, von welchem die Aussagen aufgenommen wurden, sendete eine Abschrift davon an den berühmten Sir Joseph Banks, in dessen Bibliothek dieses Dokument noch zu finden ist. Ein Tier von ähnlicher Erscheinung wurde ferner im August 1819 bei Boston gegenüber gesehen und blieb in dieser Gegend einige Wochen lang. Als man es zuerst beobachtete, verweilte es vier Stunden lang in der Nähe des Ufers und 200 Menschen versammelten sich, es in Augenschein zu nehmen. Es wurden 13 Ringe oder Windungen gezählt und der schlangenartige Kopf ragte zwei Fuß über die Wasserfläche. Sein Auge war sehr hell und glänzend, das Wasser war glatt und eben und das Wetter ruhig und heiter. Als das Seeungeheuer verschwand, war seine Bewegung wellenförmig. Es machte gegen die Oberfläche des Wassers senkrechte Bögen und erschienen fast wie lange sich bewegende Reihen großer Korken. Die letzte Nachricht über dieses merkwürdige amerikanische Seetier datiert sich vom Juli 1833. Die Bostoner und New Yorker Zeitungen dieses Datums berichten, dass die Seeschlange sich abermals unweit Reihand gezeigt. Sie wurde zuerst Sonnenabend nachmittags gesehen zwischen Egg Rack und dem Vorgebirge, ihren Weg nach dem Lion Harbor nehmend und dann wieder sonntags auf South Ross lossteuernd. 40 bis 50 Damen und Herren behaupten, das Tier deutlich gesehen zu haben und wollen von keiner Täuschung hören. Lange zuvor, ehe man von der großen Seeschlange sowohl an unseren als an den Küsten der neuen Welt etwas hörte, sagte Dr. Hamilton, galt dieselbe als ein wohlbekanntes Tier der Fauna Skandinaviens. Wir fügen die Mitteilungen sowohl ältere als auch neuere hinzu, welche man von diesem Geschöpf an seinen sozusagen natürlichen Aufenthaltsorten gegeben hat. Den Anfang mag eine auszügliche Schilderung aus Pondopidons Naturgeschichte von Norwegen machen. Schluss folgt. Ja, das ist natürlich eine interessante Geschichte. Hier haben wir es scheinbar mit einer ganz klassischen, in Anführungsstrichen, Seeschlange zu tun. Und wenn ich es jetzt richtig mitgeschnitten habe, war sozusagen die längste Schätzung 120 Fuß. Das wären so ungefähr 36 Meter. Ein Fuß kann man so Pi mal Daumen mit 30 Zentimetern veranschlagen. Und 36 Meter ist natürlich schon eine ganze Menge. Wenn man bedenkt, dass der typische Blauwall sich eher so auf 30 bis 33 Meter erstreckt, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ich mich da richtig erinnere. Ja, dann ist das schon. Und dazu gesagt, der Blauwall ist natürlich das größte Lebewesen, bekannte Lebewesen auf diesem Planeten. Dann wäre das schon, zumindest von der Länge her, ein ganz ordentliches Viech. Die Beschreibung macht natürlich mehr so einen schlanken Körperbau, sage ich mal, wahrscheinlich. Es ist dann vielleicht, nehmen wir mal an, es ist tatsächlich einfach ein Tier gewesen. Wahrscheinlich leichter als der Blauwall, der doch auch recht viel Masse in die Breite, sage ich mal, mitbringt. Und dann, glaube ich, auf bis zu 150 Tonnen kommt. Damit auch das schwerste Lebewesen dieser Welt. Und es hat offensichtlich einen recht flexiblen Körper, wenn man diese Höckerbeschreibung zur Kenntnis nimmt oder ernst nimmt. Dann hat man da tatsächlich so dieses ganz typische Bild im Kopf. Vielleicht wie so ein Pferdeähnlicher Kopf sich aus dem Wasser streckt und dann sozusagen dahinter ein paar Höcker aus dem Wasser kommen. Es ist ja für ähnliche Erscheinungen in der Vergangenheit der Riemenfisch zum Teil herangezogen worden als mögliche Erklärung. Und dieser Riemenfisch hat, das kann man denke ich schon fairerweise sagen, gewisse Ähnlichkeiten mit dieser Art von Beschreibung, mit diesen klassischen Seeschlangenbeschreibung. Er ist eben länglich, hat am Kopf so Auswüchse, sage ich mal, die man vielleicht unter manchen Bedingungen, so wie so eine Mähne, die ja auch oft bei Seeschlangen beschrieben wird, auffassen könnte. Er ist allerdings nicht so lang, also bis zu 8 Metern ist da die gängige Größenangabe. Das ist natürlich von 36 Metern noch eine ganze Ecke entfernt. Und soweit ich das verstehe, kann der eigentlich auch nicht diese vertikalen Höcker erklären. Das ist eben am Ende des Tages ein Fisch, der sich schlängeln kann auf der anderen Achse, sozusagen seitlich, aber wohl nicht Höcker sozusagen nach oben ausbilden kann. Also eine Wellenform in der oberen Achse, ihr wisst schon, was ich meine, ausbilden kann. Ich bin jetzt gerade etwas sprach eingeschränkt, aber ihr versteht mich. Ja, und insofern ist er zwar irgendwie ein Kandidat für solche Sichtungen, aber trifft eben nun auch nicht alles. Das war jetzt ein kurzer Einstieg. Ich weiß nicht, wie interessant die Allgemeinheit solcher alten klassischen Kryptiden findet. Wenn ihr das interessant findet, kommentiert das bitte mal gerne. Denn wenn das der Fall ist, dass ihr das mögt, da kann ich noch relativ viel mitbringen. Und ihr habt ja eben auch schon gesehen, eine Möglichkeit wäre zum Beispiel die Fortsetzung dieses Artikels noch zu bringen. Da kommt dann noch mehr in diese Richtung oder auch andere Seeungeheuer in Anführungsstrichen. Also wenn ihr Oberthema Kryptiden, Seeungeheuer spannend findet, lasst es mich unbedingt wissen. Da hätte ich noch was im Petto. Okay, liebe Leute, das war es auch schon wieder für unseren kleinen Fensterblick in die Vergangenheit. Ich stelle mir das immer so vor, so ganz bunt, bildlich. Man sitzt sozusagen, schlägt 1800, schießt mich tot, die Zeitung auf und guckt einfach mal, was hätte der Zeitgenosse damals so vor die Augen bekommen und was hätte da sozusagen ihn beeinflusst. Und vielleicht, worüber hätte er am Tag so ein bisschen nachgedacht womöglich. Ja, ich weiß nicht. Ich hoffe, ich kann dieses Interesse irgendwie für euch auch projizieren sozusagen, dass ihr da auch mitgehen könnt. Ich finde es immer ganz lustig und insofern vielen Dank fürs Zuhören und ciao, bis zum nächsten Mal.